So ihr Lieben, da sind wir auch schon wieder und jetzt kommt Nummer 16. Was haben wir denn da? Wir haben Laika, wir haben Maggie, Grogo und Celia und treten an mit Stella, Isaac, Marv und Colleen. So, dann schauen wir doch mal. Mit Stella starten wir mit dem zweiten Angriff auf Celia. Isaacs zweiter Skill geht auf das gesamte Team. Mit Marvs zweiten Skill holen wir uns Laika. Colleen's dritter Skill geht aufs Team. Isaacs erster Skill geht auf Grogo. Stellas dritter Skill geht auf Laika. Isaacs erster Skill geht auf Maggie. Maggie, 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 da, Maggie. So. Marvs erster Skill geht auf Celia. Colleen's zweiter Skill geht auch auf Celia. Stellas dritter Skill geht auf Grogo. Isaacs erster Skill geht auf Maggie. Marvs dritter Skill geht auf Maggie. Marvs dritter Skill geht aufs Team. Und jetzt kommt der berühmte dritter Skill von Stella wieder und das Ganze auf Celia. Juhu, 16 Turns, 3 Sterne und mystische Mana und Kristalle wieder. Juhu, 16 Turns, 3 Sterne, 2 Sterne, 2 Sterne, 2 Sterne, 3 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 Ster